Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und in diesem Video möchte ich euch mal einen weiteren Promotion-Pool vorstellen. Plattenmann.de Meiner Meinung nach schon seit Jahren ein wirklich, wirklich guter Promotion-Pool. Vor allem ist er auch kostenlos, das heißt jetzt halt nichts für die Songs. Und auch diese Songs sind für die öffentliche Wiedergabe lizenziert, das heißt ihr dürft sie ohne weiteres öffentlich wiedergeben, aber eben auch nur eine Kopie, das heißt wenn ihr den Song kopiert auf ein zweites Gerät, dann ist das nicht mehr lizenziert. Schauen wir uns den Pool mal ein bisschen genauer an und dazu müssen wir auch erstmal gucken, wie kommen wir denn hier zur Bemusterung. Also wie melde ich mich an? Beim letzten Pool habe ich das mal nicht dazu gesagt. Ich dachte, es ist selbsterklärend, dass man Mitglied beim Berufsverband Discjockey e.V. sein sollte. Also für alle, die die Frage stellen wollten, nicht gestellt haben, klar, beim Bemusterung.de muss man natürlich Mitglied im Berufsverband Discjockey e.V. sein. Hier ist es ein bisschen anders, der ist kostenlos und hier muss man sich so einen Bemusterungsbogen runterladen. Diesen Bemusterungsbogen muss man dann natürlich wahrheitsgemäß ausfüllen. Und ja, das ist so eine Sache. Natürlich muss man nachweisen, wo man auflegt und ja, auch ob man Charts tippt und so weiter. Und Plattenmann entscheidet dann, ob ihr eben geeignet seid für den Pool und ob ihr auch die richtige Zielgruppe an DJ seid für den Pool. Denn Plattenmann bringt es natürlich nichts, wenn du dich als Mobil-DJ unbedingt bewerben möchtest, wo drei Bookings im Jahr hat. Also die sind schon auch darauf aus, dass da jemand sich bewirbt, der die Songs A wirklich auch dem Publikum näher bringen kann und B auch vor dem richtigen Publikum spielt. Und da schauen wir uns jetzt mal hier den internen Bereich ein. Internen Bereich an, einschauen können wir es uns natürlich auch. Vielleicht wäre das ja lustiger. Wir locken uns dazu ein und sehen, Ratzfatz hier auch schon, sehen wir Ratzfatz auch schon die ersten Releases. Und natürlich auch, Achtung, der Zugang ist ausschließlich für den Tipper persönlich bestimmt. Ja, eine Weitergabe der Zugangsdatenantritte ist nicht gestattet, was ich ja jetzt hier mit auch nicht mache und auch nicht vorhabe. Aber ich will euch einfach mal so ein bisschen zeigen, was euch in dem Promotion Pool so erwartet. Hier zum Beispiel eine neue Scheibe von Scooter, Bodybangers. Also ihr seht, das ist auch alles relativ aktuell. Und ja, es sind tolle Songs dabei. Aber wie ihr schon seht, es ist mehr für die Leute im Club gedacht und weniger für die Leute, die jetzt irgendwie als Mobil-DJ unterwegs sind. Und jetzt gehe ich hier einfach mal auf so einen Song drauf. Und jetzt können wir uns den Song hier auch mal vorhören. Wir bekommen hier ein paar Informationen zu dem Song geliefert. Das ist auch manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wir bekommen es sogar angezeigt, unter welchem Label der released wurde. Hier fehlt jetzt irgendwie das Cover. Keine Ahnung warum, aber in der Regel wird das auch angezeigt. Und das ist ein bisschen versteckt hier. Und das finde ich bei Plattenmann nicht ganz so cool gelöst, weil wenn man wirklich Feedback geben möchte zu einem Song, also ich habe am Anfang diesen Feedback-Button immer übersehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, ist der mir immer entfallen. Aber es gibt hier diesen Feedback-Button und dieses Formular finde ich auch im Vergleich zu Bemusterung.de wirklich harmlos. Also das kann man tatsächlich ausfüllen, weil ihr seht, das sind sechs Fragen beziehungsweise fünf Fragen. Bemerkungen muss man hier nicht unbedingt schreiben. Und wenn man zumindest mal die Sternebewertung macht und ob man den Track spielt und ja, welches der beste Mix ist, dann würde ich sagen, dann hat man schon mal die wichtigsten Fragen für den Pool beantwortet, die er dann auch dem Label oder so weiter geben kann. Ja, das war es auch schon mit plattenmann.de. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr hier gerne meinen Kanal abonnieren und das nächste Video findet ihr direkt hier. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.